Was passiert nach dem Ethereum-Merch? Wurde der Cardano-Hardfork schon wieder verschoben? Und was möchte Chilis mit dem FC Barcelona? Das und mehr in den CryptoMarketTalk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, aber aus einer Mining-Perspektive, wieso das relevant ist, werde ich gleich erklären. Dann sprechen wir über Uniswap, wir sprechen über Cardano, wir sprechen über Aave, dann noch ganz kurz ein Blick zu ApeCoin und auch Chilis und Polygon stehen heute auf dem Menü. Bevor ich aber zu den Bitcoin-Nachrichten springe, müssen wir über diese Headline sprechen. Tether Supply starts to increase after 3-month decline. Tether USDT ist ein Stablecoin, der so ziemlich der grösste Stablecoin in der Krypto-Industrie ist. Zentralisierte Stablecoins sind normalerweise immer 1 US-Dollar rein, ein Äquivalent von einem US-Dollar, in diesem Fall USDT, wieder raus. Das bedeutet, Tether ist momentan mit einer Marktkapitalisierung von etwa 66 Milliarden US-Dollar die grösste Stablecoin. Etwa 43% des Stablecoin-Marktes gehört Tether mit den anderen Alternativen wie USDC zum Beispiel oder DAI oder dem kürzlich in dieser Todesspirale verstorbenen Coin-UST, TerraUSD, welches ja im Terra-Luna-Debakel entsprechend auf Null gegangen ist. Jetzt ist Tether in einer interessanten Position, weil grundsätzlich die Leute immer verfolgen, wie viele Tether im Umlauf sind. Und wir haben jetzt gerade in der letzten Woche festgestellt, dass 0,7% bzw. 500 Millionen US-Dollar mehr Tether im Umlauf sind. Das sind positive Nachrichten, denn das bedeutet, die Leute investieren quasi ihr Geld wieder in den Kryptomarkt bzw. kaufen sich Stablecoins, um dann mit den Stablecoins entsprechend Kryptos zu kaufen. Es bleibt also sehr, sehr spannend bezüglich Stablecoin-Markt und auch entsprechend quantitativen Analysen, denn wohin fliessen diese USDT? Das werden wir sicher in den kommenden Wochen noch sehen, wenn die Preise sich entsprechend entwickeln. Jetzt springen wir in eine erste News-Story. Stellen Sie sich vor, es ist 2013, Sie haben Bitcoin gemeint. Sie haben etwa 8.000 Bitcoins, ein kleines Vermögen, das vor allem jetzt entsprechend relevant wäre. Problem nur, Sie haben die Bitcoins bzw. die Passwörter für diese Bitcoins auf einer Festplatte und diese Festplatte, die haben Sie weggeworfen. Die Festplatte ist nun auf diesem Müllberg gelandet und ist inzwischen etwa 176 Millionen US-Dollar wert. Was würden Sie machen? Diese Story, die ich jetzt gerade erzählt habe, die gibt es wirklich. Die ist nämlich Herrn James Howells passiert und er sucht schon seit Jahren auf diesem Müllberg nach seiner Festplatte, die entsprechende Passwörter zu seinem Bitcoin-Vermögen hält. Wie gesagt, das Vermögen ist etwa 176 Millionen US-Dollar und James Howells hat jetzt einen Plan. Er möchte nämlich einen Boston Dynamics Robotic Dog einsetzen. Also diese Hunderoboter, die wir alle schon auf YouTube mit diesen Tänzen und lustigen Videos und athletischen Videos bereits gesehen haben, möchte so einen Roboter dafür einsetzen, um den Müllberg durchzuscannen und dann effektiv seine Festplatte zu finden. Etwa 11 Millionen US-Dollar möchte er sammeln von externen Investoren. Externe Investoren aus Europa haben ihm bereits etwa einen Kapitalbetrag fest versprochen. Es wird also sehr, sehr spannend. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn Sie plötzlich 8000 Bitcoin finden würden, was würden Sie tun? Sehr wahrscheinlich verkaufen. Das wird James Howells wahrscheinlich auch machen. Also die Industrie schaut natürlich mit einem lachenden Auge, aber gleichzeitig schauen wir auf diese 8000 Bitcoin mit einem Potenzial, das eben den Bitcoin-Markt auch nochmal rütteln könnte. Wird James Howells seine Bitcoin kriegen? Wir wissen es nicht. Ob wir jetzt die Daumen drücken oder nicht, das ist auch eine andere Geschichte. Springen wir aber noch ganz kurz nach Honduras und sprechen über das Bitcoin Valley. Denn in Honduras möchte man mit dem Bitcoin Valley die Möglichkeit erstellen, in 60 Läden mit Bitcoins zu bezahlen. Also so ein bisschen ähnlich wie El Salvador mit dem Unterschied, dass man eigentlich den Krypto-Tourismus fördern möchte. Und zwar sollte das Ganze in Santa Lucia hier entsprechend passieren. Man möchte es auch die Bitcoin-Stadt nennen oder eben das Bitcoin Valley nicht zu verwechseln mit dem Krypto-Valley im Kanton Zug in der Schweiz. Und Ziel soll es wie gesagt sein, dass 60 Geschäfte etwa diese Bitcoins akzeptieren würden. Es gibt noch keine Point-of-Sale, also diese Kartenlesegeräte spezifisch für Bitcoin. Die sollen noch kommen, aber es könnte durchaus ein spannendes Experiment für Honduras werden. Springen wir noch ganz kurz in den Mining-Bereich. Und da müssen wir natürlich über Marathon Digital sprechen. Marathon Digital ist eine der grössten Mining-Firmen in den USA, ist auch börsenkotiert. Und die haben momentan etwa 29.000 Miner, also Bitcoin-Miner spezifisch, die sie noch nicht einsetzen können, beziehungsweise wegen der schlechten Wetterlage zeitweise eben nicht einsetzen konnten. Jetzt sehe ich hier ein entsprechendes Potenzial für Marathon Digital. Diese Bitcoin-Mining-Geräte natürlich vor allem jetzt, als der Bitcoin-Preis entsprechend günstig ist und der günstige Strom in West-Texas vorhanden ist, dass man hier einen Profit holen kann. Jetzt kommt aber noch eine weitere Geschichte, nämlich Marathon Digital hat 100 Millionen US-Dollar weiteren Kredit von Silvergate Capital oder der Silvergate Bank eingenommen. 50 Millionen US-Dollar kriegen sie sofort, 50 Millionen US-Dollar in 270 Tagen und das zu einem Zinssatz von 7,25%. Auch hier wieder die Überlegung natürlich, dass der Bitcoin-Preis um einiges stärker steigen wird als diese 7,25% und in dieser Zeit man natürlich genügend Bitcoins minen kann, um das Ganze profitabel zu gestalten. Jetzt ist natürlich der Bitcoin-Preis mit 22.800 US-Dollar sicher sehr, sehr viel tiefer als zum Höhepunkt von diesen 68.000 US-Dollar. Das bedeutet, dass Marathon Digital definitiv günstige Strompreise braucht, um das Ganze profitabel zu gestalten. Das bedeutet, dass für den Kryptokurs spezifisch von Bitcoin, da hatten wir ja letzte Woche diesen Range-Trade gehabt und ich habe die Range ein bisschen angepasst, denn es scheint, als würde sich ein neuer Range-Trade eigentlich ermöglichen. Hier zwischen etwa knapp 21.000 bis hin zu 24.000 US-Dollar, da scheint es zumindest so auszusehen, als könnten wir diese Range in der Zukunft ein bisschen besser traden. Also ich erwarte hier etwa eine Korrektur auf die knapp 20.000, 20.500 und dann wieder ein Anstieg und dann sollte aber langsam auch diese Grenze von knapp 25.000 US-Dollar durchbrochen werden. Sprichend noch über Ethereum und zwar ist da natürlich die ganz grosse Frage, was kommt nach dem Merge. Der Merge ist momentan auf den 19. September angesetzt und nach dem Merge soll gemäss Vitalik Buterin The Surge, The Verge, The Purge und The Splurge kommen. Also eine lustige Wortkombination, welche natürlich zum Ziel hat Ethereum eigentlich zu der de facto Blockchain aufzubauen, mit dem Ziel 100.000 Transaktionen pro Sekunde aufzuziehen. Stand heute sind wir da bei etwa 15 bis 17 Transaktionen pro Sekunde. Also da ist noch ein Stückchen nach oben vorhanden und wie gesagt, dieser Merge ist erst der erste Schritt in diese Richtung. Man möchte von Proof of Work weg auf Proof of Stake kommen, um das Ganze nachhaltiger zu gestalten und danach investiert man eben in diese Skalierbarkeitslösung. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn dieser Merge nicht erfolgreich ist. Szenario 1 ist, dass zum Beispiel die Miner auf Ethereum sagen, nein, machen wir nicht mit. Wir machen jetzt mit dem klassischen Ethereum hier weiter und dann könnte es einen sogenannten Ethereum Proof of Work Token geben, der dann auch noch von den Börsen entsprechend akzeptiert wird. Sollte es zu einem guten Merge oder einem korrekten Merge kommen, dann könnte es entsprechend auch Nachfrage für Ethereum Classic geben. Ethereum Classic ist 2016 entstanden nach einer Hack-Situation, bei welchem eine DAO gehackt wurde und da hat man, da man das Geld quasi wie zurückerstatten wollte, kam es dann zu diesem entsprechenden Hard Fork und Ethereum Classic ist da weiter als klassische Ethereum Blockchain weitergelaufen, während Ethereum momentan eben zu diesem Giganten geworden ist, welches es momentan ist. Jetzt hat natürlich Ethereum, NFTs, DeFi, dezentralisierte Applikationen und all diese Entwicklungen, während Ethereum Classic eigentlich nicht wirklich in diesem Bereich irgendwie aktiv ist. Vitalik Buterin geht sogar so weit, dass er sagt, hey Leute, Ethereum Classic ist eine very welcoming Community, also eine Community, die euch sicher empfangen wird, falls ihr kein Interesse an Proof of Stake habt, dann könnt ihr natürlich zu Ethereum Classic wechseln. Er sagt, it's a totally fine chain. Es ist eine absolut okay Blockchain für die Leute, die mit Proof of Work weitermachen möchten. Ethereum Classic wächst aber fröhlich weiter. Zum einen natürlich zweistellige Prozentbeträge, die angestiegen sind, sowie auch 10 Millionen US-Dollar Investment vom Antpool. Das ist ein Crypto-Miner oder ein Crypto-Mining-Pool, bei welchem mehrere Leute eigentlich in den Pool beisteuern und Antpool eben diese je nach Poolgrösse verwaltet. Und hier ist jetzt das Ganze eben interessant, nämlich was wird passieren mit Ethereum Classic und was wird mit Ethereum passieren. Springen wir kurz in den Chart und da sehen wir folgendes Bild. Abgeblockt bei 1782 US-Dollar und ich vermute, dass wir nach dieser Korrektur nochmal Anlauf nehmen werden und hier entsprechend diesen Kurs von 1782 US-Dollar brechen werden und uns dann irgendwo bei etwa 2000 US-Dollar finden werden. In der Zwischenzeit könnte natürlich Ethereum Classic ein spannender Trade sein. Von den Tiefen von etwa 12 US-Dollar auf die Höhen von etwa 45 US-Dollar sitzt es momentan auf knapp 36 US-Dollar. Hier aber auch wieder, buy the rumors, sell the news. Wer Ethereum Classic traden möchte, sollte extrem aufpassen, denn Ethereum Classic hat meiner Meinung nach nicht die gleiche starke Netzwerkaktivität wie Ethereum. Das heisst, da muss man entsprechend vorsichtig vorangehen mit diesem entsprechenden Trade. Dann kommen wir zu Cardano, denn Cardano verschiebt den Hard Fork Vasil schon wieder. Da geht es nämlich darum, dass dieser Vasil Hard Fork entsprechende Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsverbesserungen bringen wird. Das wurde aber das zweite Mal bereits verschoben und das wird jetzt natürlich interessant, denn man spricht von einer Verschiebung von einigen Wochen und in einigen Wochen eben am 19. September ist eben auch der Merge, also der Ethereum Hard Fork entsprechend da. Das wiederum bedeutet, dass wir die Situation haben, dass eventuell Cardano und Ethereum zur gleichen Zeit einen entsprechenden Fork erleben könnten und das wäre natürlich nicht so ideal für Cardano, denn Cardano meiner Meinung nach ist nicht so populär wie Ethereum. Das bedeutet, meiner Meinung nach rein aus PR Perspektive sollte Cardano entweder früher oder um einiges später als der Merge entsprechend diese Änderung durchgeben, denn ansonsten versinkt man so ein bisschen in den Ethereum News. Auch der Chart scheint sich nicht wirklich bewegen zu wollen, hier mit einem möglichen Boden von knapp 25, 26 Cent meiner Meinung nach, aber Cardano, wie gesagt, braucht da ein bisschen Netzwerkaktivität, um entsprechend spannender zu werden. Sprechen wir noch über Polygon, die Layer 2 Skalierbarkeitslösung, spezifisch in Südostasien, möchte nämlich mit Daimler Südostasien zusammenarbeiten, um eine Blockchain-basierte Data-Sharing-Plattform aufzubauen, mit dem Ziel, dass Firmen Daten kaufen und verkaufen können. Das könnte eine sehr spannende Sache werden, wobei wir uns, wenn wir uns ein bisschen geschichtlich zurückerinnern, eine ähnliche Geschichte mit Iota und Jaguar bereits 2018 etwa hatten und aus dieser Geschichte ist dann auch nicht wirklich etwas Grosses entstanden. Also ob Polygon diese tollen Partnerschaften mit Disney, mit Mercedes etc. effektiv nutzen kann, das werden wir noch sehen. Der Chart sieht hingegen sehr, sehr gut aus. Wir sehen hier mehrmals so ein bisschen die Grenze von knapp einem US-Dollar getestet. Auch hier, ähnlich wie beim Ethereum-Chart, glaube ich, wird hier nochmal Schwung geholt, hier bei Matic und dann wird diese 1-US-Dollar-Grenze brechen und dann haben wir die nächste grössere Grenze bei etwa 1,17. Dann springen wir zu Uniswap, denn Uniswap hat den sogenannten Fee-Switch, den sie momentan planen. Um was geht es da? Uniswap ist ja eine dezentralisierte Börse und da geht es darum, dass man als Liquiditätsprovider 0,3% der Gebühren, die auf einem spezifischen Paar, also sei es ETH, USDT zum Beispiel, generiert werden, effektiv an Umsatz erhaltet. Jetzt möchte Uniswap da ein Fee-Switch umklinken und zwar möchten sie nur 0,25% an die Liquiditätsprovider geben und 0,05% soll an die Unihalter gehen. Also ähnlich wie eine Dividende, die ausbezahlt wird, welche aber für die Liquiditätsprovider natürlich nicht so spannend ist. Hauptsächlich, weil die Liquiditätsprovider natürlich irgendwo auch ihr Business dementsprechend aufgebaut haben mit diesen Zahlen und dann alternativ auf eine andere Plattform wie SushiSwap oder Curve oder andere dezentralisierte Plattformen wechseln würden. Jetzt rein vom Chart her ist es interessant, denn auf der einen Seite ist das natürlich Bullish für den Unitoken, aber eben negativ, also bearish für den Nicht-Unitokenhalter und den Uniswap Liquiditätsprovider. Also schlussendlich behaupte ich, dass wenn dieser Fee-Switch durchkommt, es natürlich sehr Bullish für den Unitoken sein könnte, aber schlussendlich, wenn die Liquiditätsprovider auf eine andere Plattform gehen, das wiederum negativ für Uniswap sein könnte. Chart-technisch auch hier wieder der Sprung eigentlich auf etwa 10 US-Dollar. Momentan sitzt das Ganze auf knapp 7 bis 8 US-Dollar und ich vermute, je nach Fee-Switch hier wird dieser Kurs noch entsprechend reagieren. Dann noch kurz zu AWE, wir bleiben gleich im DeFi-Bereich, denn AWE hat den Wechsel bzw. diese Stablecoin-GHO, Kürzel für Ghost, akzeptiert. Etwa 501.000 AWE-Tokens wurden eigentlich im Governance Proposal gevotet und 99,99% haben Ja gesagt. Interessanterweise ist etwa ein Drittel von nur einem Wallet gekommen, ob das jetzt eine Organisation oder eine entsprechende Wahl ist, ist natürlich unklar, aber der oder die hat natürlich ein gewisses Interesse daran, dass dieser Stablecoin durchkommt. Das wiederum bedeutet Konkurrenz für die Stablecoins USDC, USDT, aber auch DAI, weil AWE jetzt eben mit dem GHO Stablecoin rauskommen wird. Dann springen wir noch zu der NFT-Welt, denn die Kryptofirma Chilis, die ja die Plattform socios.com betreibt mit den Fan-Tokens von Paris Saint-Germain, Manchester City, FC Barcelona etc., holt sich nämlich für 100 Millionen US-Dollar die ein Teil der Barca Studios, welche den Fokus eigentlich hat, NFT- und Metaverse-Projekte aufzubauen. Jetzt ist Chilis da in einer sehr, sehr interessanten Situation, weil sie eben im Fussballmarkt die ganz klare Nummer 1 sind und jetzt mit Barca Studios könnten sie da eventuell auch noch Fuss fassen mit einem direkten Provider. Der Chart ist sehr, sehr interessant, denn der ist sofort in die Höhe gestellt nach dieser Ankündigung der Partnerschaft. Meiner Meinung nach gehört Chilis in dieses Portfolio, bei welchem man schlussendlich eben auf NFTs und Metaverse setzen möchte, vor allem mit einem Fokus auf Fussball. Wer jetzt nicht so Fussball-Begeistert ist, aber allgemein NFT-Fan ist, sollte sich natürlich den ApeCoin anschauen, den kann man ja auch neu mit Chilis auf Swissquote traden. Und bei ApeCoin gab es gerade letztens ein Community-Approval für die Bored Ape Yacht Club gesetzt, also eine Art Online-Magazin für die NFT-Kollektion der Bored Ape Yacht Club und Yuga Labs, ApeCoin etc. Und schlussendlich hat man 150.000 US-Dollar quasi gut geheissen für dieses Projekt, damit man schlussendlich auch Werbung irgendwo machen kann für die unterschiedlichen Yuga Labs-Projekte. Denn ApeCoin hat es nicht so stark gefreut, natürlich hier ein kleiner Kurszuwachs, hält sich aber sehr, sehr stabil bei etwa 6 US-Dollar und ich glaube mittel- bis kurzfristig schauen wir hier zwischen 8, 40 und 9 US-Dollar auf einen möglichen Trade. Wenn wir das Ganze eher bärisch anschauen, wäre ich da bei etwa 5,5 bis zu 4 US-Dollar würde ich da sinken, wäre das Ganze eher im Short traden möchte. Das war es von dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Wer keinerlei Kryptonachrichten verpassen möchte, sollte unbedingt diesen Kanal abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.